Früher habe ich das nachts oft hier hoch geblickt und mich gefragt, was die Scharbo so macht. Aber ich habe immer nur verschwommenen Signale empfangen, als wären sie blockiert oder vergraben. Hallo und herzlich willkommen zu Destiny D Beta. Ich bin der Playgestalt und ich zocke heute mit dem Abkratzer. Ja, schönen guten Tag. So, erzähl, was haben wir heute vor? Ja, wir sind auf dem Mond. Das ist ja ein Update von der Beta jetzt. Ein Hüter kam in Erhebung, sich einen Weg in die Scharfestung zu bahnen. Aber er verschwand einfach. Folgen wir seiner Spur. Seine letzten bekannten Koordinaten führen nach der Vorne. Und das hier ist neu, ne? Ja, das ist brandneu. Top aktuell. Das haben sie ja heute erst nochmal für die letzten paar Stunden der Beta rausgehauen. Boah, hast du mich gerade teleportiert? Nix, ich war so cool mit dem Sprung. Haben wir überhaupt einen Plan, wo wir hin müssen? Doch nach oben müssen wir. Ja, immer gehen Sonne. Ja, also die haben das jetzt hier reingemacht gehabt. Die haben den Mond mal freigeschaltet. Also die ganze Zeit stand da bei uns... ...dass er den alten Beschleuniger hier von einem unbekannten, gefallenen Haus an sich genommen hat. Gut, die ganze Zeit stand bei uns, dass es erst ab dem 9.9. ist, wenn das Spiel released natürlich. Und jetzt ist es doch da. Und, ähm... Ja. Mal gucken. Genau, schauen wir. Ich hab keine Ahnung. Ich hab hier unten rechts eine Höhle entdeckt. Wollen wir da noch kurz rein, bevor wir der Story nachgehen? Oder... Klar, wir nehmen jede Höhle mit. Hö... Höhle. Guck mal, hier sind auch die Autospuren. Von der ersten Landung hier. Da kommt eine Kiste drin, ne? Höhle, hoffen wir es mal, hoffen wir mal. Ich bin wirklich mal gespannt, was hier drin ist und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nö. Ja, hat sich gelohnt, der Ausflug. Ach, guck mal, da drüben ist auch noch eine. Ja, dann schau mal. Ja. Wir haben das ja schon kennengelernt hier eigentlich im PvP. Ja, wir hatten ja hier schon, ich glaub, in der vorletzten Folge hatten wir PvP, es war hier auf dem Mond gewesen, da hat man ja schon mal so einen kleinen Einblick, wie es hier aussieht. Genau, also die grobe Landschaft konnte man sich schon mal anschauen, aber die Anlage hier ist definitiv nochmal eine größere. Und auch eine andere. Oh, was liegt denn da oben? Ein Satellit, das ist ja cool. Voller Geschwindigkeit durch. Ist ja geil. Oh, guck mal, da oben. Die Mir. Oder? Ist es die Mir? Die ISS? Nee, die Mir haben sie runtergeholt. Das müsste die ISS sein. Ein bisschen ramponiert. Das ist aber schon eine Weile her, wo sie die Runde geholt haben, he? Ja, ein paar Tage. Teile dieser Ausrüstung wurden erst kürzlich benutzt. Gefallene reaktivieren keine alten Systeme, aber vielleicht der Geist des Hüters. Aber sowas von. Ja, was unser Geist alles kann. So wie ich das hier, sind wir hier nur zum, zum irgendwie Ausrüstung nochmal finden. Schön, er hat Licht angem... Vielleicht ist er noch dort. Ähm... Oh, da kommen Gegner. Eliminiere die Gefallenen. Na gut. Oh, ich muss erst mal wieder reinkommen hier gerade. Ja, das erste Mal schießen, ne? Man muss... Das erste Mal schießen. Man muss da im Flow bleiben. Na. Das ist wieder rotzend, was hier kommt. Einfache Kiste. Welches Level am liebten? Ähm... Die ersten, wo ich gesehen habe, waren Level 6. Ja, ist ja auch ab Level 6. Genau, was soll man machen. Also wenn man sich hier in der Beta schon ein bisschen trainiert hat... Wo sind der? Da oben? Dann sollten die rechts vom Ausgang... Boah, ich habe echt gerade noch Ladehämmung. Überblick verloren. Überblick nicht, aber ich habe hier gerade... Na, jetzt springt er hier hin und her wie ein Wahnsinniger. Oh, was liegt denn da vorne? Das krall ich mir gerade mal. Oh, das sieht mir nach dem Scharschützengewehr aus. Hast du das auch bekommen? Oh, guck mal, da oben. Was ist denn da oben? Da rechts oben vor der Haustür. Oh, neue Freunde. Die sind wir. Die sind mir? Ja. Zu gültig, zu gültig. Aber von denen drin kommt keiner unten. Nein, da ist keiner. Da sind sie. Und ich habe sie auch herzlichst gegrüßt. Ja, ich werde noch was hin. Ja, das war zu spät. Oh, links von uns. Da ist ein Gast durchgeh... Boah. Ich habe entgegengeschossen. Oh, links von uns kommen welche. Das allseits sehende Auge. Ja, ja, ich suche noch was. Oh, du meinst das ja ernsthaft mit dem Auge. Ja, da war ja. Aber ich habe keine Munition. Muss noch putz. Okay, mich hat er wünscht. Richtig. Ich hatte aus... Warum hatte ich eigentlich keine Munition? Ich bin ja da, ich bin ja da. Ah, Junge, Junge. Was ist denn bei dem Kollegen da? Ist da draußen was? Ja, ja. Oder nee, das warst du. Mensch. Fahrzeug-Link aktiv. Das kann jetzt interessieren. Ach, da hinten müssen wir hin. Siehst du das auch? Nochmal bitte. Siehst du das auch, wo wir hin müssen? Da hat sich doch... Da ist doch rechts von uns noch ein... Nun gut. Oh. Die fliegen sogar. Ey, ist das PvP oder was ist denn das hier? Das sieht fast so aus. Sind hier noch andere von uns? Nee. War das gerade ein Gegner? Ja. Oder war es ein Spieler? Nee, nee, das war ein richtiger Gegner. Boah, ich hab schon Schiss gehabt, nur dass es hier PvP ist. Das wäre ja geil, so fließendes PvP-System. Ja, so offenes. Man gibt's ja. Kommt plötzlich hin und... Ja, wenn du in der Gruppe bist, kannst du hier richtig schön einen abknallen. Das wäre immer richtig fett. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Ich sag mal so, für die Leute, die gerade neu sind, nicht. Nee, eben nicht. Aber wir müssen direkt hinterm Berg. Die sind hier drin. Aber kann ich denn hier mal meinen Transport... Bis... Guck mal, das ist mein neuer. Alter. Kann der schießen? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Dass er schießen kann? Nee, dass ich auf die Fresse krieg hier vorne. So. Ja, schön. Ich hab's jetzt ein bisschen hingehalten. Aber mit wem spielst du hier? Ich habe mich spontan mit dem Käpt'n angelegt. Und wieder ganz hinten. Ich hab mich gleichzeitig mit ihm seenseits verabschiedet. Du weißt schon, dass ich der Abkratzer bin. Ja, du bist jetzt zweimal verreckt. Was ist los? Ja, aber... Vielleicht ja. Aiaiaiaia... 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 Kuckuck! Soll das mal weiter? Ich wollte mal schauen, ob da noch was drin ist. Von dem hier... Von dem hier... Von dem hier hab ich mich eben abschießen lassen. Sieht alles sehr clean aus. So, jetzt reicht es mir. Man kann hier aber wirklich über... Oh, was ist denn das da unten? Hast du das gesehen? Ich habe keine Ahnung, was du siehst. Du rennst ja auch wieder weg hier wie ein... Nix. Hast du den? Na, hier rund ein bisschen. Ja, hier ist es. Ich meine, ich könnte auch reinrennen, aber ich bin jetzt... Wo bist du denn? Direkt links neben dir. Achso, dann lass mal hier runtergehen. Hier ist noch was. Da, der da. Die sind ja grün. Ja, die fliegenden Teile, meinst du? Der hat mir gerade gegeben gehabt. Der grüne? Nee. Guck mal, da steht wieder so ein Panzerviech rum. Also, so ein Panzer für Arme. Ah, hier geht es überall rein. Du kannst ja wirklich dich austoben, ne? Was für einer. Schade, dass das Level nicht weitergeht, ja? Das ist echt ein bisschen schade. Also, jetzt wird es, jetzt hätte es sich rentiert, auch mal Level 10 vielleicht zu haben. Das hätten sie vielleicht machen können. Dass man auch ein bisschen was... Guck mal, du ein, ich ein. Wenn die schießen, die Teile? Ja, ja, ganz normal. Oh, cool, Rennstrecke. Hier machen wir mal ein Rennen, ne? Ja, warte mal, wohin? Über die Schanze. Darunter. Ja, es geht schon ab. Hier sind... Oh, guck mal, da sind welche. Also, wie das aussieht, sind das aber... Wie das eine größere Action. Das sind... Ja, auf jeden Fall macht es auch Sinn, mit den Teilen hier zu schießen, anstatt hier... ...ohne Fahrzeug rumzulaufen. Die müssen... Die müssen nach oben, Mitte. Oben drauf. Dann die ganzen Gegner. Ja, die haben sich schon weg gemacht. Ja, komm, dann lass mal kurz absteigen. Ich meine, die Teile stehen hier überall rum. Und hier oben drauf. Klingt quasi schon da. Oh. Und da war er auch schon fort. Fort, die tun was. Haha. Wo ist der denn? Hier. Einfach mal umdrehen. Ich locke ihn raus und ihr schießt ihn ab. Wie wär's? Ihr habt ihn ja immer noch nicht. Den ja nicht mal. Wer man nicht alles allein macht. Warum fährt denn der? Aber echt. Profi jetzt hier mit den Dingern rum. Finde die Koloniebasis. Okay. Hast du das jetzt gerade aktiviert? Das war ich. Ist gar nicht weit von hier. Oh. Ähm. Wir haben hier zwei Ziele jetzt. Auch kein Scheiß. Wo da hinten steht ein Captain. Stufe die. Kriegst du den? Ich seh hier noch gar nichts. Ich renne hier rum wie ein Falschgeld. Komm doch her vorbei. Siehs doch wo ich bin. Andere Tür? Ich knack hier alles andere ab. Ich wechsle jetzt hier auch mal spontan aus Scharfschützengewehr. Stelle fest, dass ich keine Munition dafür habe. Welche Energie hatten wir? Das kann ich ja von hier gar nicht sehen. Also den soll man knacken oder was? Ich weiß es nicht genau. Ich würde sagen, wir gehen hin oder? Das Runterspringen ist schon kacke gewesen. Da kann man ja diese schnicken Bremsdüsen. Wieder halbtot. Ach nee, das ist der Schuss, den ich hier abkriege. Wo ist denn der? Da. Da oben. Guck mal an. So. Immer noch ein paar. Naja. Links, äh, rechts von uns ist ein Auge. Das Auge ist auch mal warm. Weiß ich doch. Da war ein schöner Schuss drauf. Ach, da, ein teleportierender Käpt'n. Ja, ja. Ein ehemals teleportierender. Wo wurdest er denn? Der andere. Er ist tot. Hinter die schießen sie aber zu dritt. Ja, ja, da wollte ich, da wollte ich gerade. Ich glaube, das ist mein Ende. Bist du? Bist du zu Ende? Nein, du bist nicht. Wieso rennen denn die hier rein? Aber die sind überall hier hinter uns, vor uns, neben uns. Ganz neben zwei hingehen. Das mal aufräumen jetzt hier richtig. Boah. Das nervt tierisch. Ja, ja. Hier mal aufräumen. Das nervt ja tierisch. So, überall. So, Auge war down. Warum versteckt denn der sich da hinter der großen Kiste? Also, wir müssen hier hinter, gell? Komm mal hier mit hin. Moment, einen Moment, einen Moment. Weil Sinnlos irgendwas kaputt ballern. Hui. Guckst denn du hin. Dann ist er wieder ganz weit weg. Bestes hier, so hier hinten. Ach, ich häng fest. Immer diese Mondsteine. Bist du in den Tunnel rein? Nee, folge doch einfach mal kurz der Quest, bitte. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Wunderbar dich. Du bist hier ein Meter weit untertunnelt. Wer weiß, was gerade unter unseren Füßen passiert. Dann mach ich erst mal einen Tanz hier. Tja, ich glaube, wir haben den Tempel befunden. Hier, hör dich. Gut, wir können auch hier erst mal einen kleinen Cut reinmachen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben. Bitte, bitte abonniert uns. Und gleich geht's dann weiter. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hufe Ж пока.